Ja, einen schönen guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaly.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chartflash für Montag, den 10. September. Ja, ich möchte heute nochmal einen Blick werfen auf Wirecard. Wir hatten Wirecard schon vor ein paar Wochen angeguckt. Die Aktie, die ist hier seit 2017 praktisch im kometenhaften Aufwärtstrend, hier von unter 50 Euro jetzt direkt immer weiter angestiegen und befindet sich nun beinahe hier bei 200 Euro. Die Aktie ist aktuell im heutigen Handel bei 188,80 mit einem Abschlag von 1,9 Prozent. Korrekturen bieten sich in dem Titel für langfristige Long-Positionen an und ich möchte mit Ihnen eben den näheren Chart angucken. Ich hätte hier das große Bild mal hochgeladen, damit wir mal die ganze Entwicklung hier vor Augen haben und die Stärke in dem Titel vor Augen haben. Und nun schauen wir uns eben die aktuelle Situation an. Gut, hier haben wir nun die Entwicklung seit April ungefähr. Wir haben hier den gestriegelten Aufwärtstrend markiert. In dieser Geschwindigkeit bewegt sich die Aktie aktuell. Wir hätten hier Verlaufstief gehabt im Bereich von 125 Euro ungefähr, von 160 Euro und jetzt bei 180 Euro ungefähr das jüngste Verlaufstief. Also hier unter 180 Euro ungefähr unter diese gestriegelte steigende Trendlinie sollte die Aktie im positiven Fall nicht fallen. Es bieten sich jetzt hier Long-Positionen an zwischen 180 und 189 Euro und das Kursziel würde dann im Bereich von 200 Euro liegen. Die Aktie wird wahrscheinlich jetzt im ersten Schritt, also in der ersten neuen Aufwärtswelle, leicht über 200 Euro ansteigen, dann nochmal unter 200 Euro zurückkehren und dann in Folge dann den nachhaltigen Ausbruch starten über 200 Euro hinaus. Also die Aktie sollte eben ihr Hoch wahrscheinlich nicht bei 200 Euro finden, sondern ihrem Aufwärtstrend noch weiter folgen und dann deutlich über 200 Euro ansteigen. In der Aktie bietet sich also eine Gewinnchance von ungefähr 10 Prozent, sobald dann der Durchbruch über 200 Euro gelingen sollte. Also wenn man jetzt hier in diesem Bereich eine Long-Position erwägt, überhalb dieser gestriegelten Trendlinie, dann könnte man ein Gewinnziel in etwa bei 200 oder dementsprechend dann darüber setzen und ungefähr 10 Prozent Gewinn mitnehmen im positiven Fall. Ein Stopp würde sich dann unterhalb von dieser Trendlinie anbieten, ungefähr bei 178 Euro, vielleicht auch etwas tiefer hier unter dem Verlaufstief. Generell bieten sich eben Korrekturen in dem Titel für Long-Möglichkeiten an. Werfen wir nun noch eben einen Blick auf die Analysteneinstufungen auf der Seite von gotmotrader.de. Da sehen wir nun, dass die jüngsten Einstufungen zur Wirecard durchgehend hier Kursziele haben im Bereich von über 200 Euro, also 265 Euro hier von der BNP, Barclays bei 240 Euro, die UBS bei 220 Euro und dann geht es eben so weiter. Kepler bei 225 Euro, Querenberg 210 Euro und die etwas älteren, die liegen hier im Bereich um 200 Euro. Also die Analysten sind eben auch positiv gestimmt. Die Aktie ist total stark, da bieten sich momentan gar keine Short-Möglichkeiten an. Der Aufwärtstrend sollte sich weiter fortsetzen und aktuelle Korrekturen bieten sich eben zum Long-Einstieg an. Gut, ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg im Handel, vielleicht gelingt Ihnen ja der Long-Einstieg in Wirecard und vor allen Dingen auch der positive Verkauf dann wieder und einen Anstieg eben über die Marke von 200 Euro. Ich melde mich dann morgen wieder mit dem ING Markets Morning Call, dann am morgigen Dienstag. Machen Sie es gut!